Musik Zum einen möchten wir uns natürlich vorstellen mit unseren Fahrzeugen und Mitarbeitern. Zum anderen recruiten wir hier. Wir suchen natürlich Auszubildende in jeglichen Sparten. Wir sind der größte Entsorger hier in Deutschland und möchten natürlich weiter wachsen und suchen dementsprechend immer motivierte, fleißige Auszubildende, ob weiblich oder männlich. Das ist unser Grund, warum wir hier sind. Hier sind Bewerber, wir sind Arbeitgeber. Dementsprechend suchen wir hier. Wir haben 240 Fahrzeuge und uns kennt man leider nicht unbedingt. Und von daher, wenn man uns vielleicht in Zukunft sieht, weiß man auch, was für ein Unternehmen dahinter steht. Musik SVG, Fahrschulzentrum, alle Jahre wieder hier. Ab heute das komplette Wochenende. Wir freuen uns natürlich, dass wir rege Kundschaft hier erhalten, die wir informieren können über die Ausbildungsmöglichkeiten als LKW-Busfahrer und auch Fahrlehrer bzw. Fahrlehrerinnen. Das ist die Erwartungshaltung als Wochenende. Musik Ja, kommt gerne vorbei hier auf die Job Expo auf dem Nürburgring. Wir sind hier, wir warten auf euch. Bewerbt euch gerne. Kommt vorbei! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020